Also nach dem Sündenbekenntnis und der Umkehr geschehen erstaunliche Dinge. Erstens einmal, Gottes Verhältnis zu seinem Volk wird sich ändern. Zweitens, nach der Buße wird Gott Segen ausschütten. Wo erst Vernichtung, Dürre, Hunger und Not herrschten, wird jetzt Erstattung und Überfluss kommen. Gott lässt durch den Propheten sagen, verlasst euch darauf. Ich gebe euch so viel Korn, Wein und Öl, dass ihr euch daran satt essen könnt. Die Weiden in der Steppe sind wieder grün. Auch die Bäume tragen wieder Frucht. Feigenbaum und Weinstock bringen reichen Ertrag. Ihr Bewohner des Zionsberges freut euch und jubelt über den Herrn, euren Gott. Er erweist euch seine Güte und schickt euch Regen wie zuvor. Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide und in der Kälte laufen die Wannen über von Most und Öl. Der Herr sagt, ich habe mein großes Heer gegen euch geschickt, aber jetzt ersetze ich euch die Ernten, die die Heuschreckenschwärme vernichtet haben. Ihr werdet euch richtig satt essen können. Also durch die Buße des Volkes werden nicht nur die negativen Effekte der Plage aufgehoben, sondern Gott erstattet allen Schaden in reichem Maße. Er schüttet Segen im Überfluss aus. Es geht den Leuten wieder richtig gut. Eine weitere Folge der Buße wird sein, dass Gott die Feinde Israels bestraft und vernichtet. Er verheißt seinem Volk, ihr werdet den Völkern nicht mehr zum Spott dienen. Denn ich rette euch vor dem Feind aus dem Norden. Seine Vorhut treibe ich ins Meer und seine Nachhut ins Mittelmeer. Sein ganzes Übriges herjage ich in die Wüste, wo es vernichtet wird. Auch hier wird Gott sein Volk nicht nur vor Feinden bewahren und schützen, er wird die Feinde vernichten und ausrotten. Was erst Israel für ihren Unglauben angedroht war, soll jetzt den Widersachern und Gottlosen geschehen. Wenn wir heute etwas von Buße und Umkehr hören, dann entsteht oft der Gedanke, dass wir jetzt kein Vergnügen und keine Freude mehr haben werden. Wir fürchten, dass wir auf vieles verzichten müssen und unser Leben traurig und eintönig und voller Entbehrungen werden muss. Deshalb wollen viele Menschen nur nichts vom Buße hören. Der Prophet Joel zeigt uns aber in diesem Abschnitt, dass Sündenbekenntnis und Umkehr zu neuer Freude und Freiheit und zu reichem Segen auf verschiedenen Gebieten führen kann. Darum sollten wir auch nicht vor dem Wort Gottes fliehen, sondern uns zeigen lassen, wo und wie wir richtig Buße tun können. Wir beten noch. Herr, Buße ist nicht eine einfache Sache. Darum bitten wir dich, hilf uns, unsere Schuld und eigenen Wege zu erkennen und von Herzen umzukehren und dir nachzufolgen. Amen.